Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Drei Fragezeichen-Orakel am 12. April 2020. Erste Frage ist, was denkt er? Und das schauen wir jetzt auch an. Die zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Und die dritte Frage ist, was vermittelt er? Dazu kommt eine Tagesbotschaft. Die erste Frage war, was denkt er? Diese Person vertritt das Göttliche. Natürlich kann das hier um religiösen Themen handeln. Aber er herrscht und überreicht dieses Dokument. Das kann tatsächlich um ein Dokument handeln von Ämten oder wird etwas vorgeschrieben. Diese Person vertritt das Göttliche, also religiösen Themen und er schwört an etwas. Das ist auch möglich, dass er etwas sagt und er schwört, dass die Wahrheit entspricht. Das kann um die Liebepartnerschaft handeln, so wie diese Liebesgöttin auch zeigt, diesen flammenden Herz. Oder, was ich eher vermute, hier handelt es sich um verschiedenen Themen. Zweite Frage war, wie fühlt er sich? Es hängt alles im Luft. Er verliert den sicheren Boden unter den Füßen. Alles ist im Kopf gestellt. Und die dritte Frage ist, was vermittelt er? Das hat mit dieser Krankheit was zu tun. Auch mit diesen Vorschriften was zu tun. Das alles auf den Kopf gestellt ist gerade. Das entspricht der momentanen Lage durch dieses Coronavirus. Und das beschäftigt ihn auch. Aber er befindet sich auch in einer bestimmten Situation, was ihn kränkt. Es geht ihm nicht gut. Und er verliert den Halt. Die einzige, was ihm Kraft oder Hoffnung gibt, das ist euren Lieber. Und das war mein drei Fragezeichen-Orakel. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici Eure Dendera Susanna Medici